Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder mal, euer Erklärbär. Heute wird's mal nicht so technisch, heute erzähle ich euch ein bisschen was über das Wesen einer Pilotin oder eines Piloten. Der gemeine Fußgänger stellt sich unter einem Piloten ja etwas, ich sage mal, Abgehobenes vor. Hinter mir wird gerade die Piste gereinigt und das bringt mich auch schon zum Kern der Sache. Die Meer vom coolen Alphatier im Cockpit hat ein wenig ausgedient. Fliegen war und ist immer vom Gemeinschaftsgeist geprägt. Ohne die vielen Helfer am Boden, die die für die Wartung der Flugzeuge verantwortlich sind, für die Sauberkeit der Piste oder unsere Kollegen am Turm, könnte der Mann oder die Frau am Knüppel gar nichts. Eine Saab 105 vom österreichischen Bundesheer wird nach 50 Jahren im Dienst hier in Salzburg landen und im Hangar 7 ein wenig seine Pension genießen. Ein Alphajet von den Flying Bulls begleitet die betagte Lady als Formation. Und weil das Ganze für die angereisten Medienvertreter ein wenig was hermachen soll, wird die freundliche Formation zur Übung von zwei Eurofightern über Salzburg abgefangen und zur Landung gezwungen. Eines der Kampfflugzeuge setzt sich vor die Formation und gebietet durch internationale Signale, dass es klüger wäre auf dem Flugplatz hier zu landen. Der zweite Eurofighter sichert das Ganze von hinten ab. Kampfflugzeuge Kampfflugzeuge Schmitt Kampfflugzeuge Piloten bezeichnen ihr Verhalten untereinander gerne als Airmanship. Das ist mehr als nur Rücksichtnahme auf Kollegen untereinander. Es ist eine allgemeine Lebenshaltung, sich in ganz vielen Bereichen verantwortungsvoll zu benehmen. Es ist in vielen Clubs und auch bei Fluglinien Teil der Ausbildung, einen solchen Kodex anzustreben. Und so hört man im Pilotenraum ganz oft den Satz, ich bin vielleicht nicht der beste Pilot, aber ich werde versuchen heute der beste Pilot zu sein, der ich sein kann. Und nach einem Flug gehen viele Piloten sehr selbstkritisch daran, zu schauen, wo man Fehler gemacht hat und wo man das nächste Mal vielleicht noch besser sein kann. In der Zwischenzeit haben die Saab und der Alpha Jet den Aufforderungen der beiden Eurofighter Folge geleistet und sind auf der Piste 3.3 des Salzburger Flughafens gelandet und rollen nun in Richtung Äpfung East von Handler 7. Bei aller Ernsthaftigkeit muss ich natürlich auch sagen, dass der Spaß und die Freude an der Fliegerei sicherlich nie zu kurz kommt. So mancher Lebenspartner oder auch die Kinder lassen sich anstecken von der Begeisterung, von der Leidenschaft für die Fliegerei. Wobei so Wetterbedingungen wie heute die Familienbegeisterung schon auf eine harte Probe stellen. Eigentlich wollte sich die Eurofighter-Rotte bei den angereisten Medienvertretern mit einem Kutschen-Probe. Leider war der Wind aus 270 Grad mit 12 Tonnen etwas zu stark und so führten sie einen perfekten Formation über die Fliegerei über die Piste der Fliegerei. Für die einen war dieses Spektakel cool, für die anderen eher cool. Hier steht sie also, das neueste Ausstellungsstück für den Handler 7. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Euer Erklärbär